Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass das deutsche Internet von einer Bilderflut mit anfixender Kinderpornografie überschwemmt wird. Viele lange Jahre haben wir vergeblich über eine Lösung nachgedacht, doch jetzt kurz vor der Wahl haben wir eine großartige Idee. Wir werden die Milliardenindustrie, die beim kostenlosen Tausch von Kinderpornografie Millionen verdient, mit einem Stoppschild austrocknen. Damit verfolgen wir eine Taktik, die sich in vielen betroffenen Familien schon lange bewährt hat. Einfach wegschauen. Jeder kennt diese massive Bilderflut an Kinderpornografie im Internet. Schaust du nicht weg, kannst du auch schnell angefixt und pädophil werden. Schwulenpornos machen ja auch schwul und Lesbenpornos machen lesbisch. Also einfach wegschauen. Die Stoppschilder haben noch einen weiteren Vorteil. Die Täter werden frühzeitig gewarnt. Die spart der Polizei Arbeit und entlastet dich, den Steuerzahler. Die Täter helfen aktiv bei der Vernichtung des Schundmaterials mit. Böse Zungen behaupten, wir wollten das Internet zensieren. Das wollen wir selbstverständlich nicht, aber dass wir es nun tun müssen, um dich zu beschützen, lässt sich leider nicht vermeiden. Die Sperren werden einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. In Prävention, Therapie und Personal investiert, hätte dies vielen Opfern helfen können. Reinste Verschwendung. Unsere Stoppschilder werden eines Tages auch den Opfern von Nazis, Terrorismus, Killerspielen, Raubkopien, ausländischen Glücksspielseiten, Verleumdung, Kritik, Opposition, Meinungsfreiheit, Menschenwürde und Demokratie zugute kommen. Denn wir müssen diese Freiheiten für dich im Netz im richtigen Maß erhalten. Von 100 Tätern dokumentiert und verbreitet nur ein einziger sein Verbrechen online. Das heißt, 99 Prozent aller Kinderschänder brauchen sich keine Sorgen zu machen. Statt 99 Prozent der Opfer schützen wir dafür aber 100 Prozent der Bevölkerung. Denn ohne unseren Schutz wird es im Internet zu Scheußlichkeiten kommen, die jede Vorstellungskraft sprengen. Um deine Steuergelder zu schonen, werden keine rechtsstaatlichen Kontrollen angewandt. Die Liste ist geheim und das Verfahren ohne jede rechtsstaatliche Grundlage. Ein Missbrauch ist somit natürlich völlig ausgeschlossen. Und keine Sorge, landest du aus Versehen auf einer Stoppseite, so werden wir das selbstverständlich speichern, um im Notfall deine Unschuld beweisen zu können. Viele sagen, die Stoppschilder sind einfach zu umgehen. Stimmt. Jeder kann die Sperren mit einer einfachen Anleitung in 30 Sekunden umgehen. Doch nur 20 Prozent aller Internetnutzer sind versiert genug, um dies zu schaffen. Diese Nutzer sind zum Teil schwer pädokriminell. Aus diesem Grund lassen wir auch keine versierten Internetnutzer in unsere Partei. Und jetzt haben wir noch mehr gute Ideen für das Internet. Wir wollen das Three-Strikes-Modell einführen. Wenn du dreimal im Netz negativ aufhältst, darf dir ohne richterlichen Beschluss das Internet gekappt werden. Dann kannst du auch nichts Böses mehr machen. Die Idee haben wir aus dem Mittelalter. Hier hat man den Dieben auch ihr Werkzeug genommen, um sie so vor sich selbst und weiteren Untaten zu beschützen. Wir speichern bereits heute für sechs Monate deine Festnetz-, Handy-, Internet-, E-Mail- und Kontoaktivitäten. Deine Biometrie- und Gesundheitsdaten werden wir bald auch haben, um deine Freiheit zu retten. Was uns noch fehlt, sind viel mehr Überwachungskameras und die Bundeswehr im Innern. Eben alles, was heute technisch möglich ist, um dich und deine Freiheit zu retten. Also wähle CDU und rette deine Freiheit.de Eben alles, was heute technisch möglich ist, um dich und deine Freiheit zu retten. Eben alles, was heute technisch möglich ist, um dich und deine Freiheit zu retten.